An der Seite seines Vaters durch die Dünen heizen. Motorsport im Geländewagen ist die große Leidenschaft von Lucas Barón. In wenigen Tagen geht der 25-jährige Peruaner bei der Rallye Dakar in seiner Heimat an den Start. Als erster Mensch mit Down-Syndrom. Wenn du etwas Besonderes tun willst, arbeite hart und erreiche dein Ziel. 5000 Kilometer durch die peruanische Wüste, ein Großteil der Strecke auf Sand. Bei der Rallye Dakar müssen die Teilnehmer an ihre Grenzen gehen. Anderthalb Jahre hat Lucas Barón für den 10-tägigen Wüstenmarathon trainiert. Im Gelände-Buggy wird er seinem Vater als Co-Pilot, Mechaniker und Navigator zur Seite stehen. Er ist die Augen des Autos. Er hält Ausschau nach Konkurrenten. Wir fahren durch die Wüste und über Dünen. Jederzeit kann dir jemand entgegenkommen und du siehst ihn nicht. Schon immer war Lucas Barón eine Sportskanone. Schwimmen, Fußball, Surfen oder Wasserski – kaum eine Sportart, die er nicht beherrscht. Sein Ziel bei der Rallye Dakar – einfach nur ankommen.